Achtung! Die Augen gehen geradeaus! Mein Name ist Lieutenant Aldo Rain. Und ich brauche acht Soldaten. Wir werden als Zivilisten getarnt über Frankreich abgesetzt. Wir haben nur eine Aufgabe, eine einzige. Nazis töten. Jawohl, Sir! Mitglieder der Nationalsozialistischen Partei haben Europa unterworfen durch Mord, Folter, Einschüchterung und Terror. Und genau das werden wir jetzt Ihnen antun. Wir werden grausam zu den Nazis sein. Dann werden Sie wissen, wer wir sind. Die Spuren unserer Grausamkeiten finden Sie in den ausgeweideten, zerstückelten und entstellten Körpern, die wir Ihnen zurücklassen. Und Sie werden nicht mehr aufhören können, sich die Grausamkeiten vorzustellen, die Ihre Brüder durch unsere Hände erlitten haben. Und durch die Absätze unserer Stiefel und die Klingen unserer Messe. Die Deutschen werden sich vor uns in die Hose scheißen. Die Deutschen werden über uns reden. Und die Deutschen werden uns fürchten. Nazis verdienen keine Menschlichkeit. Sie müssen vernichtet werden. Jeder Soldat unter meinem Kommando schuldet mir ein Hundert Nazi-Skypes. Und ich will meine Skypes. Nein, 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 nein! Klingt das gut? Jawohl, Sir!